Bist du jetzt Niederländerin? Warum? Na bald was, das sieht aus, als hättest du solche Holzdinger-Schuhe da an. Also das sind Lederschuhe. Also das hättest du diese Holzdinger an. Das sind Lederschuhe, die ich gefunden habe. Komm, sag mir das Zeug ein. Wo ist die Rüstung? Da kannst du noch ein paar Treppen. Nein, eure Treppen liegen voll raus. Einfach mal durchgehen. Guck mal, du hast viel gutes Zeug. Hinterher hau ich die Gatschen weg. Au! Kannst du mal unser Zeugsmittel wieder da leisen? Dann dürfen wir alles weggenommen. Gib mir das Zeug wieder. Auf Wiedersehen. Da war was mehr. Da fehlt noch ein Helm. Und Treppen. Ne, warte mal, das war nicht meins. Das können wir behalten. Das war deins. Doch doch, doch, das war deins. Nein, nein. Da war noch ein Helm oder so. Da fehlt noch ein Helm oder so. Da fehlt noch ein Helm oder so. Da fehlt noch ein Helm. Da fehlt noch einiges. Hallo. Enrico ist Pole. Der klaut. Die satziert doch schon aus. Wir werden hier voll erst umgebracht, sondern ausgebeutet. Ja, mach nicht. Ich will mir das schon wieder zurück. Wie, der steht. Die liegt auch noch ein paar Sachen rum. Da ist der Mauerlaken Helm. In einem Zaun. Nein, wir hatten sowas nicht. Den Helm hatten wir. Nein, das ist auch. Stöcker, Bretter. Stein. Das hatten wir aber. Ja, siehst du mal, aber diskutieren, das wird verlieren. Sattel. Ich will mir zu viel haben. Ich will mir zu viel. Ich forsch jetzt. Das ist mir so. Da sind die Treppen. So, schluchte die Säge haben mir die Treppen geklaut. Was willst du retten? Das war nicht meins. Stopp, hol dich ein bisschen raus. Das war nicht meins. Das war nicht meins. Das war nicht meins. Das war meins. Hä, wo sind die? Ich hab nicht nur das Getreter versorgen. Autsch. Ich weiß nicht, was die kannst du nicht betreiben. Das war nicht. Ich hab nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, haaa. das feld sieht sehr gut aus ich soll da gerade kommen das ist einmal komplett durch das das ganze getreide was ist die dusche mit ihnen wird schon wieder düsterer kommt man ja zu nix hier dr typ gente dort und be Nein, Creeper. Ähm. Ähm. Was willst du? Nichts. Oh, die hängen so krass aufeinander, gell, dass sie sich schon ineinander backen. So, ab ins Bett. Was ist los? Nichts. Ich glaub wir können dann am nächsten Tag jetzt, äh, dann schlachten. Ich glaube, das sind genug. Erstmal. Ja, ich glaube, das ist ganz schön. Nögen. Oh, das ist ein Ich. Oh, das ist gut. Hallo ihr lieben Schafe, ihr werdet jetzt getötet. Alles was Großes stirbt, um Inzucht zu vermeiden. Achso, ne, ist ja trotzdem Inzucht. Scheiße. So, mal eben kurz ausrangiert. Die alle an dem einen der einen Mutter rumhängen. Die bleibt. Die muss bleiben. Wie viele Kühe haben wir? Eins, zwei, drei. Ich lasse mal zwei Kruse übrig. Okay, ich werde gerade angerufen. Hoffentlich bin ich gleich zurück. Habem. Hier ist gerade in der Dusche. Ja. Hier ist gerade in der Dusche. Hier ist in der Dusche. Geil dich mit der Dusche. Hier bin ich wieder. Ich rede ich mit der Dusche. Das hat alles gehört. Ja. Scharf. Ein schwarzes Schaf. Oh, geil. Wir müssen bügeln. Wo ist eine Karotte drin? Die Kompromisse. Die Kompromisse. Wo soll ich gehen? Mit Kapate kann man nichts machen. Ich bin schweig, ich bin schweig. Das kannst du nicht zählen, das kannst du auch nur locken. Das kann man zählen. Wo ist es? Das ist wieder auf der anderen Seite der Insel, man kann das sogar reiten, das weiß ich. Ich hab noch einen Sattel. Kommt noch was in den Gepüsch raus. Was kann man reiten? Ein Freund. Na dann. Ich hab kein Problem, wo du bist. Kevin ist gerade mir vorbeigelaufen. Oder er ist seine Freundin. Naja, wahrscheinlich. Ich glaub, da braucht man sogar die Karotte für, dann abweilen von beiden war's. Ja, Karotte. Hab ich sogar auch keine mitbringend. Ich bin hier hinten wieder. Ach, hörig. Ich sprich nur. Ich sprich nur. Da muss jetzt ein neues Haus stehen, oder was? Ich hoffe, der Junge hat auch wenigstens noch das eingepackt. Über den Bergen. Naja, am Rad der Berge. Ja, hier Schweinchen. Du kommst mit dich. Die Insel ist verlassen, gell, Markus? Wenn wir jetzt noch Schweine da haben, dann haben wir wirklich ein Buffet. Dann haben wir alles da. Jetzt will der mal ein Schwein essen. Jetzt will der schon mal ein Schwein essen. Was sehen? Oder? Ach, schädig. Immer geradeaus. Karotte, guck mal. Auf der einen Seite, der Pfeil. Sieht aus wie so ein Schwert. So, da bin ich. Schweine reiten. Du wolltest doch Schweine reiten. Guck mir das an. Gerade das Schwein schielt, ne? Ich will die Möhre haben. Ich darf nur, du wolltest die Möhre haben. Sie wollte das Schwein reiten. Deswegen bin ich auch hingerannt. Da brauche ich jetzt aber Hilfe, gell. Da müssen wir auch ein Mini-Gehege jetzt für die platzieren. Das heißt, wir bauen heute. Und hier, warte. Ah, nee, nicht du. Du. Das ist schon mal der Anfang. Da sind nur drei Stück. Also bringst du wieder Schweine, wir wollen nicht bauen Gehege, okay. Genau. Aber es ist nirgendwo da, wo die Kühe auch sind daneben. Zu klein erstmal und wir bauen dann irgendwo Platz hin. Und irgendwann kriegst du einen Sattel drauf, dann reite ich auch ein Schwein durch die Gegend. Der Tag wird kommen, wirkt euch das. Ich hab's dir gerade angeboten. Siehst du, ich weiß nicht, wo ich bin. Hä? Das weiß ich, wie ich laufen muss. Ich muss muss wieder einen Einzug zurücklaufen. Jetzt ist es, weil ich nicht mehr ruhig bin. Naja, wie gesagt, läuft ja die ganze Lauf und irgendwann wird sie natürlich den richtigen Weg. Klar. Nee, glaube ich nicht. Aber ich habe auch eine Scheiße, auch ich hier muss ich sagen. Nee, ich bin sowieso. Hey, Nuku. Tod. Alter, wir hatten hier die großen Bäume hier gesetzt. Wer hat was gesetzt? Wie Megabäume hier. Ich. Das sind, äh, ja, viermal zwei, gell. Na, nee, vier Stück in einem Viereck. Ja, zwei mal zwei, sag ich ja. Ja. Meine Hälfte nach rechts. Jetzt sind wir so hoch. Komm, schweigen. Als ob mir jetzt ein einziger Blöde scheiße ist, was da nützlich wäre, um die abzubauen. Ein Gerüst. Ein Gerüst zu platzieren, ist mega easy. Wo ist es? Noch nicht gebaut. Ach doch, hier vorne. Ey, Schwein. Komm mit. Komm mit. Warte, 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 warte! Warte, warte! Jetzt! Oh, nein! und fahrrad so bisschen erfolgreich reiflichen britisch hier reinpacken und die Stöcker auch wollte ich jetzt eigentlich nur mal ach ja oh die Karotte irgendwie ist gerade so viel Essen in dem Trichter drinnen, dass da gar nicht der Ofen in der kommt ah warum ist hier Zucker und Eier drin guck von mir ich brauch ne Möhre wieso hab ich jetzt ne Treppe in der Hand ja weil das wahrscheinlich nicht ist warum haben wir ganz viele Möhren ich brauch ne Möhre aber ich brauch Treppen wir haben Möhren, du hast Treppen ne von nur einer, das war mal ein die Praktik bitte Dings Möhren, äh Trepp, was brauchst du Möhren? Möhren, äh Trepp, was brauchst du Möhren? hier, hier oben rum es wird schon wieder es wird schon wieder Tartung weil die Gemeinde Treppen Federn da sind wir da das wollte ich nicht machen so nehme ich mal kurz die Karottis raus dann und es wird überführen z aber ist es auch wenn wenn das im Düringer Wunweltschutz was soll Doktor alles ein Bäume ein in die GZ nö h h ha n h du Arsch noch ich muss die hühner zwingen sich zu vermehren nachvollziehen zu sagen wir mal aus der Prüte die Klinik und ja und jedes Mal stecken kippe kurzerweise in meiner Bude drin wer immer da reinkommt 2 3 3 4 schlafen ich bete mit euch keine Kinder ohne Abendessen bist du gegessen? bleibt mal Gott zum Kannibaren ich bin ich bin auch ja mit Löchern im Haus ey du hast da so einen Schaden ne du beschießt mich jetzt nicht hauer ich werde jetzt etwas tun was ich hätte nicht tun sollen aber scheiße er ist schon weg nein er ist noch da aber er ist zu schnell auf in den Kamm auf in den Kram äh was? halt die Klappe ja wo ist er hin? wo ist er hin? da geht das nicht ja 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 gut ja das ist das ist hier oben ist alles repariert das soll so bleiben Sieht steilig aus irgendwie. Ne, mach das weg, ist besser. Ich glaube, ich habe ein Gefühl, wie der Folge jetzt ein Küper im Haus. Ich dachte, du hast eine Glasscheibe gehört. Andere Leute nehmen die Gärte und so nimmt einfach die Glasscheibe. Ich kann auch die Axt nehmen. Du kannst doch nicht besser als die Glasscheibe. Guten Tag. Ich muss Bambus suchen. Ich muss nicht ganz schnell rein und so öffnen. Ich muss dich einfach als die Glasscheibe einfach nicht mehr sieht. Ich muss dich einfach mal schauen, wie du in der Nähe der Zeit hast. Ich muss dich einfach mal sehen. alles mit und erheilt also hat später auch politische Reine sie schluss lustig die Rüchte die Brücke zu machen und die Musik So, das kommt wieder. Oh, das war gar nicht berührt. Was im Hengen, geh bei den Fuchsen da ab, ey. Wir sind verrückt wegen den Hühnern. So. Fangen wir mal den Zucker an. Oh, was so ein Rindersack bringt an den Le... äh, Hungerkeulen. Oh, okay. Das ist ne Menge. Oh, okay. Der reitet ein Pferd. Aber in was zu ner Geschwindigkeit? Oh! Oh, aber nicht aufs Held springen. Sonst gehen die Dinger weg. Oh, warum, wie dick ist denn das Vieh? Alter, ich hab mich eigentlich gesperrt. Ne, ich will das aber eigentlich nicht zu den Kühen stellen. Ja. Nein. Nein. Böses Schweini. Hast du noch Möhren bei dir? Ne, kann ich auch nicht. Ja, hab ich. Gib mal her eine. Dann muss doch mal zum Liebsten zu retten, dieses Schweine. Kommt gleich wieder. Sag mal, ein Tor habt ihr nicht eingebaut, oder? Ein Tor? Ne. Bei den Kühen oder was? Bei den Schafen haben wir eins. Aber wenn wir aufmachen, dann renn wir raus, ne? Sag du doch, ich reite irgendwann einen Schwein. Ja. So, Leute, wenn jetzt schlafen würde, kann ich nicht. Ich bin weg. Ich fahre jetzt Boot in suche Bambus. Wir machen jetzt egal, ich feierabend. He, he. Weil ich zumindest. Wolle ich trotzdem abfuckst, oder? Oh, Markus. Was? Was denn? Ähm. Guten Tag, der Herr. Wollen sie hier irgendwie noch eine Schleuse hin, dass wir hier auch wieder durchkommen? Nö. Schlecht. Müssen wir mal einreißen, dann. Hier hinten ist ein Dorf. Unter was? Ist halt Pech. Okay. Handelskette eingestellt. Keine Ressourcen mehr. Musst du von der anderen Seite starten, dann brauchst du hier nicht durch. Ach. Hab sie am Torf geschafft. Ja, noch? Noch. Ich fände sowieso die Orientierung nicht wieder und muss irgendwie hier drum rum fahren. Hier ist der Traum. Ja. Jedes Mal. Ja. Ich habe mich gegründigt. Wir haben mich gegründigt. Ich habe mich gegründigt. Wollt ihr Teich mit dem? Ja. Warum? Wenn Dich mit! Ich habe dich. Es wird schon wieder düsterer, da ich gekocht habe. Entschuldigung, ich bin nicht zu Hause. Ich kann jetzt nicht peinen. Das müsst ihr mal aushalten. Bei einer guten Zeit sterbt du nicht. Wir sterben alle. So, ist nicht meine Sorge. Ich habe einen Rapport, ich habe einen Rapport. Ich habe einen Rapport. Ich habe einen Rapport. Das ist der meine Sorge, ich habe einen Rapport. Der macht einen Rapport. Der macht den Schiff, der Unten aus. aggressive zombies mama was wunderschön ist gekämpft braun ich hab den wir auch so wieder gefunden witzig jetzt komme ich von gar keiner Seite mehr ran woran an meine Ecke Egal, baue ich das Ding hier unten ab Perfekt, ne doch nicht, scheiße mir fehlt noch ne Wand Ach ja, die Südläden noch Boah, die sind schon welchen Ich kann so ein Glas innen machen Könnte ich Ja, du Ich bin ein paar Ja, du bist Ja, du bist Nein! Nein! Nichts! Doch! Was ist das denn? Warum? Die schießen sich gegen seinen Job. Hängt das doch in den? Ich glaube, da kannst du nach dem Aufstehen. Ah ja! Ja? Nächstes, ich guck mal, was kann der Häuser rein. Was hilft das, meine? Ähm... Boah, haut doch mal ab! Nein! Guck mal. Ah. Ich bin schon umgegültig, aber das kann man nach oben kommen. jetzt kann er wieder alles aus dem pool raus den pool gesprengt das abwasserbecken in den mund das ist nicht meine aufgabe und haare und haare auch bei der partnerwahl das war auf gut Glück dass kein zombie in diesem scheißboot landet jetzt reiten die skelettischen auch spinnen ja hatte ich vorher wir haben wirklich jede sorte essen wir sind gut ausgesorgt kleine kinder wir haben wir das feierabend zeit doch dienst in rikos wieder da ok gut dann kann ich jetzt noch kopieren ja ich mache so was eingepackt hast du wirklich brauchst dann beende ich mal den stream dann hängst du dahin ich kann dich auch hängen was ist los ich dachte mir sein alle ins bett die sonne geht wieder auf ja gut dann kann man jetzt hier raus gehen spartig an und bänden ja 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 ja